Die Industrialisierung Deutschland stoppen. Mehr Freiheit, weniger Steuern für Bürger und Unternehmer. Verheerende Migrationspolitik sofort beenden. Unseren Sozialstaat retten. Deutschland wieder sicher machen. Für deutsche Interessen in einer multipolaren Welt. Eine starke Bundeswehr als Garant einer souveränen Nation. Familien stärken, Erziehungsarbeit belohnen. Gesundheitliche Eigenverantwortung stärken. Bildung ist Zukunft für Deutschland. Am 9. Juni AfD wählen.